Fängt das schon wieder an, denn für alle, die es vielleicht in der Vergangenheit noch nicht bemerkt haben, aber es hängt immer sehr viel davon ab, wie gut der deutsche Test wird, je nachdem, wie im Vorfeld der englische verlaufen ist und da ging echt alles drunter und drüber. Ich versuchte es auf eine witzige Art und Weise, die sehr, sehr sarkastisch wirkte und auch sehr viel anderes klappt nicht und ich war genau auf der Grenze, wo ich noch sehr, sehr gute Laune habe, bis es überspringt zur schlechten Laune, wenn ich einfach zu viele Fehlversuche hatte und diese noch relativ gute Laune will ich definitiv noch mitnehmen. Allerdings möchte ich diesen Take jetzt auch durchziehen, meine Tage sind im Moment einfach zu kurz, ich habe einfach nicht die Zeit, hier allzu viel Zeit zu verschwenden, von daher, dieser Take wird es mit oder ohne Fehler, keine Ahnung, wird es Ihnen noch zeigen, aber jetzt geht es um den Test des Xiaomi Mi R13, ein Gerät, von dem ich eigentlich nie erwartet hätte, es testen zu können, aber dank der super netten Leute und speziellen Dank hier an Peter von tradingshenzhen.com ist es mir möglich, dieses Gerät zu testen und wie schon gesagt, nicht mehr Zeit verschwenden und so weiter. Von daher, gucken wir uns einmal das Gerät an, lasst mich kurz einmal auszoomen, das habe ich leider vergessen und einen kurzen Vergleich hier erst einmal mit dem MacBook Pro 13 13 Retina, denn das ist die Late 2013, also 2013 Version, diese ist noch ein klein wenig größer, wie ihr schon sehen könnt und auch ein klein wenig dicker, aber eben auch deutlich schwerer als das Mi R13 mit 1,57 Kilo gegen 1,28 Kilo ist das Mi R doch schon sehr, sehr schön. Es ist jetzt vielleicht nicht ganz so hochwertig verarbeitet, aber für den Preis doch noch sehr, sehr schön. Auf der Front, wie wir hier schon sehen können, kein Logo, was ich persönlich ein wenig komisch finde, es ist einfach nichts, was man gewohnt ist, aber das geht völlig in Ordnung, sieht elegant aus. Auf der Rückseite haben wir hier Gummifüße, verhindern es vom Rutschen und das auch wirklich sehr, sehr gut. Luftanlässe am Boden, die ich jetzt persönlich nicht ganz so wirklich top finde, denn habt ihr eure Füße da runter, also habt ihr es auf eurem Schoß, blockt ihr diese Einlässe und dann fangt die Luft an, schneller zu drehen, als sie es eigentlich müssten. Also das hätte vielleicht ein wenig eleganter gelesen werden können, ist aber leider der Fall bei sehr, sehr vielen Laptops heutzutage. Hier unten hätten wir noch die zwei Lautsprecher und das wäre es meistens dazu geben. Gucken wir uns hier mal die Anschlüsse an. HDMI-Anschluss, USB 3.0, Kopfhörerausgang. Auf der rechten Seite nochmal USB 3.0 und USB Typ C, allerdings leider nicht Thunderbolt oder auch ähnliches. Wenn es um die Verarbeitung selbst geht, habe ich nur zwei kleinere Mängel. Einer wäre hier, dass ihr es zum Beispiel schon sehen könnt, Eindrücken kennt. Was für mich bedeutet, dass das Keyboard auf dem Display selbst aufliegt und das ist auch der Grund, wieso das Display manchmal schmutzig ist, denn ich reinige das jedes Mal vorher, wenn ich es aber öffne, da war ein klein wenig Dreck auf dem Display, also das wird wahrscheinlich durch das Keyboard übertragen. Ist jetzt nichts Schlimmes, aber allerdings zu erwähnen. Dann zum Beispiel noch hier, zwischen diesen zwei Schrauben seht ihr, dass ein wenig Material übersteht. Allerdings wurde dieses Gerät auch schon mehrfach geöffnet. Könnte auch daran liegen, dass einfach nur das Biegen geöffnet wurde. Also das ist jetzt kein wirkliches Problem und ich denke mal, wenn ihr ein Nagelneues hättet, wäre das nicht der Fall. Natürlich ist es auch ein ganz klein wenig scharf. Ich hätte mir das ein klein wenig gefasster vorgestellt, aber von der Verarbeitung selbst gibt es speziell bei den Preis hier nichts zu bemängeln. Falls ihr die Rückseite öffnen wollt, absolut kein Problem. Einfach nur die Torx-Schrauben hier lösen. Eine befindet sich noch unter diesem Gummifuß. Und dann könnt ihr eine zweite SSD noch einfügen und auch die erste austauschen. Das funktioniert ohne Probleme und relativ schön zu sehen. Öffnen wir es einmal und das funktioniert mit einer Hand wirklich sehr, sehr gut. Wenn es um das Scharnier geht, muss ich eines sagen. Ich finde es schön, wie schwergängig es ist, wenn man es schließen will. Allerdings ist es ein klein wenig zu leichtgängig beim Öffnen. Denn speziell wenn ihr es zum Beispiel jetzt einmal Traktor auf den Tisch abstellen wollt und das mehrmals seht ihr schon, das Display öffnet sich. Also speziell beim Aufmachen ist es ein klein wenig zu lose, weil es ein klein wenig billiger wirken ist, als es eigentlich ist. Aber von der Stabilität selbst her, seht ihr schon, das Verbiegen hier ist wirklich minimal und auch noch wirklich gut gelöst. Wenn wir jetzt zum Display, ich meine zum Keyboard kommen, hier noch die Handballenlabel, alles funktioniert sehr schön, fühlt sich hochwertig an. Keyboard selbst, leider silberne Keycaps, was ich nicht ganz so sehr mag. Denn habt ihr die zweistufige Hintergrundbeleuchtung an, sind die Tasten ein wenig schwerer abzulesen wie ohne. Also nicht die beste Lösung, aber es sieht vielleicht elegant aus, keine Ahnung. Also mir persönlich gefällt Schwarz lieber. Aber das Design des Keyboards wirklich sehr, sehr gut. Speziell auch der Hub nach unten ist deutlich größer, als bei manchen dieser sehr, sehr dünnen Laptops heutzutage. Und auch die Funktionstasten sind schön. Ihr habt natürlich auch Function Lock. Und obwohl die Tasten jetzt vom Feedback ein ganz klein wenig matschig wirken, ganz, ganz klein wenig, und ich mir ein wenig eine stärkere, also ich hätte mir ein klein wenig mehr Druck gewünscht, bis er den auch wirklich auslöst. Das ist ein klein wenig weicher. Und das macht mich vielleicht ein paar, also das lässt mich vielleicht ein paar wenig, ein paar mehr Fehler machen. So, jetzt. Aber das Tippgefühl selbst ist auf einem sehr, sehr guten Niveau, wenn ihr einmal damit zurechtgekommen seid. Zum Trackpad muss ich sagen, das ist sogar eins der Besseren auf dem Markt. Aber mit eins der Besten sogar. Denn es fühlt sich fast so gut aus wie auf dem MacBook Pro. Und das reagiert auch sehr, sehr gut, wie ihr schon sehen könnt. Sehr, sehr flüssiges Scrollen ist hiermit möglich. Auch alle Gesten werden einwandfrei übernommen. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Kann ich mich, wenn man die Gesten dann auch im Kopf behalten kann. Das funktioniert alles wirklich sehr, sehr gut. Und das ist sogar mit eins der Besten. Auch wenn ich jetzt kein persönlicher Fan von Trackpads bin, im Speziellen bin ich einfach ein Fan von Mäusen. Und von daher gehen wir jetzt zum Display. Und das, wie schon im englischen Video erwähnt, ist mein persönliches Highlight hier bei diesem Gerät. Denn es ist vielleicht jetzt nur ein 1080p-Display, allerdings von so hoher Qualität und so perfekt kalibriert, dass es alles wieder wettmacht. Die Skalierung liegt bei 125% und das funktioniert ja noch absolut. Und ihr habt absolute Schärfe, keine Probleme mit der Skalierung. Und ich bin der Meinung, dass 1080p immer noch sehr, sehr gut funktioniert bei 13,3 Zoll. 1440p ist zwar mein perfekter Sweet Spot, aber 1080p bevorzuge ich vor QHD oder 4K immer noch definitiv. Wenn wir kurz zur maximalen Helligkeit kommen, diese ist innen, also innen absolut tauglich, absolut hell genug, vielleicht wegen dem Glossy Außen nicht ganz so gut, aber das ist bei den meisten Laptops der Fall. Die minimale Helligkeit könnte ein wenig dunkler sein, für mich allerdings absolut okay, denn ich benutze es sowieso meistens zwischen 40 und auch 50% und dann war es sehr, sehr schön. Weißwert, absolut top. Diesen finde ich genial, genau richtig gesetzt. Und gerade das Schwarz ist sehr, sehr gut, denn es ist sehr, sehr gleichmäßig und ihr habt im Prinzip keinerlei Lichthöfe. Wirklich sehr, sehr schwarz. Es wird zwar ein klein wenig heller zu den Seiten, aber das ist bei jedem Display so und das hier ist mit eines der Besten. Auch die Blickwinkel sehr, sehr stabil verfälschen, so gut wie gar nichts. Und was ich hier absolut liebe, ist die Kalibrierung, denn die Farben wirken sehr, sehr satt, sehr, sehr lebendig und auch wirklich absolut top und auch noch akkurat und wirklich, wirklich sehr, sehr natürlich. Und das ist mit eines der Altern. Es sieht der MacBook Pro Retina Display so ähnlich, dass ich teilweise schon, wenn ich es hatte, wirklich auf das Gerät gucken musste, um zu merken, welches ich überhaupt benutzte. So ähnlich war es. Natürlich ist das vom MacBook, gerade dank der Auflösung eben noch ein wenig besser, aber hier auf einem so dermaßen guten Niveau, dass ich absolut begeistert bin. Also wirklich top. Und das ist eines, der wirklich vielleicht maximal eine Handvoll an Laptops oder einer von anderen Laptops, die mich absolut zufriedenstellen und die gut genug wären für mich als normales Gerät. Normalerweise sage ich hier, nein, das ist nicht gut genug. Das hier, absolut. Und jetzt noch eine kurze Demo, um auch noch den Ton zu hören. Ist jetzt leider auf Englisch das Video, aber macht ja nichts. Okay, I don't think it makes much sense to try to make a proper take here, because I'm so ecstatic about this headset, that I will run into some language problems at some point. And I can already tell you one thing, already from the very first day when I got... Nee, 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 ist okay. Kurz zu den Lautsprechern selbst. Von der Lautstärke bin ich absolut angetan. Diese ist laut genug, absolut keinerlei Probleme. Natürlich feuern die Lautsprecher leider nach unten, was gerade auf einer Couch oder auf dem Bett zu einem etwas, naja, muffligen Sound wird, also, äh, ja, führt. Allerdings habt ihr es auf einem Tisch wirklich sehr, sehr laut und dann klingt es auch wirklich sehr, sehr schön. Voll, klar und ein wirklich hochqualitativer Sound. Natürlich habt ihr ein paar kleinere Verzerrungen, wenn gerade auch Störungen durch das Chassis das mit vibriert. Ist aber genauso der Fall bei einem MacBook und der Lautsprech ist sogar auf einem leicht besseren Niveau, wie wenn ihr das MacBook Pro mit Windows bedient. Das zumindest mache ich. Aber sonst, wirklich sehr, sehr gut. Laut Kopfhörerausgang genauso gut und ich merke schon, das Video wird wackelig. Alle, die schon ein paar Videos von mir gesehen haben, wissen, was das heißt. Ich hoffe mal, ich fange mich jetzt noch, bevor es komplett lächerlich wird. Aber wie gesagt, ich ziehe es durch. Kurz zur SSD-Geschwindigkeit. 1.500 lesen, absolut top. 300 schreiben, vielleicht nicht ganz so genial, sollte aber immer noch allen Leuten absolut ausreichend sein, wenn ihr jetzt nicht absolut mega Performance braucht. Da sind natürlich deutlich Unterschiede zu sehen zu deutlich kostspieligeren Laptops. Zur Leistung muss ich absolut nichts sagen. Natürlich seht ihr schon, das Scrollen im Browser funktioniert absolut top, sollte es aber auch. Mehr muss ich dazu nichts sagen. Alles andere. Speziell alle normalen Anwendungen laufen hervorragend. Der i5 hier läuft top. Und gerade von der normalen Leistung merke ich absolut keinen Unterschied zu meinem MacBook Pro 13. Allerdings fühlt es sich teilweise sogar noch leichter und flüssiger. Aber es sind auch eben, glaube ich, zwei oder drei Generationen von Prozessor dazwischen. Ganz kurz zur Leistung bei Videoschnitt. Muss ich sagen, erwarte ich hier nicht allzu viel, aber es ist zumindest möglich. Das ist kein Problem. Ihr habt ja ein Dual-Core mit 8 GB RAM und einer GeForce 940 M. Das macht das Video bearbeiten relativ gut möglich. Natürlich, die Renderzeiten am Ende werden ein wenig länger. Gerade nur wegen einem Dual-Core erwarte ich ja nicht zu viel. Aber für eine mobile Station funktioniert das Ganze sehr gut. Aber Adobe Premiere speziell ist einfach hier sehr, sehr ressourcenintensiv. Und es geht. Spieleleistung muss ich allerdings sagen, ist nur gut, wenn überhaupt. Denn erwartet nicht mehr wie vielleicht 720p mit minimalen bis vielleicht Medium-Einstellungen. Und das bei vielleicht 30 Frames. Erwartet ihr einfach nicht mehr. Und speziell, wenn das Gerät anfängt einmal runterzutakten, wird das nur noch schlecht. Also, wenn ihr gelegentlich nicht allzu anspruchsvolle Titel spielen wollt, geht das. Allerdings für längere Zeit und auch anspruchsvolle Titel, holt euch dann einfach ein Budget-Gaming-Laptop. Macht einfach mehr Sinn, meiner Meinung nach. Und dazu möchte ich auch gleich schon zum nächsten Punkt kommen. Hitze und Geräusch. Hitze. Wenn es um den Prozessor selbst geht, dieser läuft bei 75 bis 80 bei voller Auslastung. Also Grad, was schon relativ warm ist. Allerdings taktet das Gerät hier noch nicht runter. Also gerade beim Videorenner oder so ist das noch völlig okay. Allerdings schaltet ihr die Grafik noch mit ein bei Spielen. Dann wird die Sache sehr, sehr warmer. Dann seid ihr bei 85 bis sogar 90 Grad. Und dann fängt das Gerät deutlich runterzutakten. Dann wird die Spielleistung auch deutlich schwächer. Also von hier, ja, ist keine Spielekonsole, ist kein Spiele-Laptop. Und das müsst ihr euch auch im Auge behalten. Von daher finde ich eigentlich auch die 940 ein wenig unnötig. Denn speziell bei dieser Kühllösung, da ihr es nicht konstant auf dieser Power halten könnt, nicht die beste Lösung. Es ist zwar schön, dass wir hier eine nicht Standard Grafikkarte verbaut haben, aber wenn ihr diese nicht wirklich voll und ganz nutzen könnt, ist das wohl auch nicht so genial. Kommen wir kurz zur Batterie. Eine Akkuladezeit habe ich jetzt leider nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich sie vergessen habe. Sie lag aber bei zwischen 1 Stunde 40 und 2 Stunden. Ich habe mir sie nur nicht runtergeschrieben. Aber was wirklich sehr, sehr gut ist, ist die Akkulaufzeit meiner Meinung nach. Denn ich landete bei etwa 5 Stunden bis etwa 7 Stunden bei einem Schnitt von 6 bis 6,5 Stunden. Was bei einer Helligkeit von 40 bis 50 Prozent bei meiner Nutzung definitiv deutlich über den Schnitt liegt. Und die meisten Laptops, die ich getestet habe in der Vergangenheit, kamen hier nicht ran. Und wenn, dann wirklich nur die allerbesten. Und das ist schon wirklich gut. Also mein MacBook kommt da nicht ansatzweise ran. Und ich würde sagen, ab 6 Stunden ist für mich schon sehr gut. Speziell bei meiner Nutzung. Alle anderen Leute sollten Minimum fast 2 Stunden dazurechnen. Was ich so an anderen Tests sehe, rechnet fast nochmal mit 2 Stunden mehr. Also vielleicht sogar 7 bis 9 Stunden. Aber das ohne Gewähr. Wenn es um die Software geht, gibt es hier nicht viel zu sagen. Es kam mit, also normalerweise kommt es standardmäßig mit der chinesischen Version von Windows 10. Allerdings haben die super netten Leute eben von Trading Shenzhen, wie hier schon die deutsche Version drauf gemacht zum Testen. Selber könnt ihr euch eigene installieren, je nachdem wie ihr das wollt. Also ihr könntet auch einen USB-Stick mitbestellen, wo Windows 10 schon dabei ist. Wobei ich allerdings sagen muss, meine Installation ist nicht ganz sauber verlaufen. Aus irgendeinem Grund funktioniert bei mir GeForce Experience nicht. Also ich konnte diese nicht starten, sie brach immer ab und ich bekam eine Fehlermeldung. Ich denke mal mit einer neuen Installation sollte das Problem behoben sein. Denn ansonsten ist es ganz normales Windows 10 ohne irgendein Schnickschnack wirklich gut. Dann das funktioniert auch sauber. Von da, das ist okay. Und das bringt mich so weit. Ja, ich bin sogar schneller wie im englischen Video. Gut oder schlecht, keine Ahnung. Sehen wir uns die Vor- und Nachteile an. Ihr seht zwar relativ viele Nachteile, aber ich werde diese noch relativ weich abrunden. Denn sie sind nicht so kritisch, wie vielleicht manche denken. Nur weil es rot ist und eben auf der negativen Seite heißt nicht immer, dass es auch wirklich etwas Kritisches ist. Kommen wir allerdings kurz zu den Vorteilen. Leicht und kompakt, absolut. Verarbeitung für den Preis definitiv angemessen. Ihr könnt das zwar ein wenig reindrücken, aber das ist kein Kursproblem. Gibt es bei vielen Apps heutzutage. Recht gute Dessertur. Ich würde fast sogar bis sehr gut gehen, wenn es um das Tippgefühl geht. Sehr, sehr gut. Sehr gutes Trackpad, absolut. Also hier kann ich nichts mehr hängen. Ich bin zwar immer noch absolut kein Fan von Trackpad, speziell auf Windows 10. Aber das hier ist eins der besseren. Überraschend gutes Display. Und das hört sich fast schon zu schwach an, denn es ist ein hervorragendes, super Display. Und wirklich maximal eine Handvoll an Displays auf dem Markt konnten mich bis jetzt so überzeugen, wenn überhaupt, wie dieses hier. Und das macht es für mich eines der am leichtesten zu empfehlendsten Geräte. Denn ein Display ist für mich super wichtig, gerade auch wie der Lautsprecher. Und dieser ist hier auch super solide. Von daher ist das im Moment einer der Laptops oder eines der Ultrabooks, das ich im Moment in meinen engeren Kreis schließen würde, in denen, die ich berate. Seht euch mal das Dell XPS an, guckt euch meinen Test an. Ich war nicht so überzeugt davon, denn beide Displayvarianten. Einmal die QHD Plus Variante hat mich nicht überzeugt, denn diese hat einfach zu viel Strom und Performance gefressen. Und die 1080p-Matt-Version hat mir auch einfach nicht so gefallen. Also hier haben sie schon einiges richtig gemacht. Sehr gute Alltagsleistung, absolut top und im Prinzip kein Unterschied zu meinem MacBook. Und das für vielleicht ein gutes Stück weniger Preis. Gutes 720p-Spielleistung, allerdings wie schon gesagt nicht auf Dauer. Jetzt zu den negativen Sachen, die vielleicht nicht unbedingt negativ sein müssen. Kleinere Verarbeitungsmängel. Also ich denke mal, hätte mein Vorgänger nicht das Gerät schon geöffnet, wäre mir diese kleineren Spaltmaße hier gar nicht aufgefallen. Ja, und ich selber habe es auch geöffnet, aber das lag an mir. Das war mein Fehler. Recht leichtgängiges Scharnier. Also wie gesagt, nach hinten geht es ein klein wenig zu leicht, aber lässt es ein wenig billiger wirken, als es ist. Leichtmatschige Tastatur. Also nur vom ersten Tippgefühl. Ich hätte hier ein wenig mehr Widerstand und dann wäre das Tippen ein wenig besser. Aber nur vom Tippen selbst, von der Fehlerfreiheit, was falsch klingt, top. Tastatur und Display, darüber habe ich geredet, gefällt mir nicht ganz so. Also hier hätte ich mir vielleicht eine Umrandung um das Display gewünscht, die es ein wenig besser schützt. Ist allerdings jetzt auch nicht wirklich kein Problem. Silberne Keycaps, persönliches Vorlieben, denke ich mal, denn ich bevorzuge Schwarze. Tue ich einfach. Hörbares Spulenfiepen. Habe ich schon erwähnt, wenn ihr sehr, sehr gute Ohren habt, oder vielleicht habe ich es auch gar nicht erwähnt. Ich weiß es nicht, also im englischen Test habe ich es erwähnt. Ganz kurz zum Spulenfiepen. Wenn ihr sehr, sehr sensible Ohren habt, gerade ich wegen meinem Tinnitus habe ich sehr, sehr sensible Ohren, höre ich es. Aber auch das nur in einem absolut völlig stillen Raum. Seid ihr in irgendeinem Raum mit einem klemmigen Hintergrundgeräuschen werdet ihr das gar nicht hören. Und nur wenn ich weiß, wonach ich überhaupt suche, höre ich dieses Geräusch. Bei normaler Nutzung absolut kein Problem. Aber es ist eben da. Gerade nochmal kurz zur Lautstärke. Ich denke, ich habe Lautstärke irgendwie komplett vergessen. Das Gerät ist bei normaler Nutzung absolut leise. Und ihr hört nur das Spulenfiepen. Bei voller Last hört ihr den Lüfter zwar, aber selbst dann ist dieser immer noch absolut okay. Also gerade zum Thema Lautstärke nicht schlecht. Allerdings auf dem Schoß werdet ihr erst ein wenig mehr hören, gerade die Lüfter. Also ich hoffe mal, ich habe mich jetzt nicht wiederholt. Mein Gedächtnis ist leider nicht gut genug, um das zu merken. Und der Lufteinlass ist an der Unterseite. Aber das habe ich ja gerade schon erwähnt. Von daher lassen wir uns kurz nochmal das Ganze abrunden. Für einen Preis von im Moment 770 Euro bei Trading Shenzhen. Der Preis ist relativ noch mit Vorsicht zu genießen. Denn ihr müsst noch Versand dazurechnen und eventuell noch die deutsche Windows-Version oder so. Aber ich denke mal mit Versand und allem liegt er in etwa bei 8,50. Was für das Geboten hier absolut noch völlig in Ordnung geht. Speziell, da ihr eben bei Trading Shenzhen auch noch ein Jahr Garantie bekommt. Was ihr eben bei vielen Importhändlern nicht bekommt. Und ihr bekommt, wenn ihr wollt, schon ein deutsches Windows auf einem USB-Stick. Ich würde allerdings vorschlagen, kauft euch selber eins. Das kommt meistens billiger. Bleibt euch aber überlassen. Aber sonst, für den Preis von 850 Euro oder sagen wir mal von 800, ist das Gerät hier schon absolut okay. Und ich könnte es problemlos, problemlos eintauschen gegen meinen MacBook. Wenn ich jetzt, denn von der normalen täglichen, vom normalen täglichen Erlebnis für mich keinerlei Unterschiede. Das Display ist fast auf dem gleichen Niveau. Die Lautsprecher sind, wenn nicht, vielleicht sogar ein wenig besser. Auch die Leistung ist mittlerweile ein wenig besser, da ich eben keine High-End-Version von meinem MacBook mehr habe. Und alles andere, auch vom Akku ist es besser. Tippgefühl ist fast so gut. Trackpad ist fast so gut. Also in Anbetracht, dass dieses Gerät deutlich billiger ist, als egal welches MacBook, von der Ausstattung her und allem andere, geht das für mich völlig in Ordnung. Allerdings muss ich auch erwähnen, dass es mittlerweile Konkurrenz gibt, die auch eine 940M verbaut, auch einen i5, auf einem ähnlichen Preisniveau. Also speziell durch die höheren Importkosten einfach oder durch die Importkosten selber ist es nicht mehr ein ganz so geniales Gerät wie jetzt vielleicht in China. Dort würde ich sagen, ist es das Gerät schlechthin. Aber je nachdem, für welchen Preis ihr es bekommt, wobei, 800 völlig in Ordnung klingt, für was ihr bekommt. Also es ist definitiv nicht zu viel. Eventuell hat es vielleicht Vorteile, wenn ihr hier was kauft, wegen der direkten Inlandsgarantie. Aber was soll hier schon passieren? Ich hatte noch nie wirklich ein Gerät, das ausgefallen ist oder ähnliches. Ich hatte noch nie wirklich Probleme. Und daher denke ich mal, wenn ihr es bei Trading Shenzhen zum Beispiel kauft, was ich jetzt einfach mal erwähne, da ich es einfach von denen zur Verfügung gestellt bekommen habe, macht ihr definitiv nichts falsch. Und das Gerät ist sehr, sehr gut. Ist nicht das Allerbeste, allerdings zahlt ihr eben doch deutlich weniger und dann könnt ihr eben nicht das Allerbeste erwarten. Aber ihr bekommt vielleicht 80, 90% von dem Allerbesten für 60% vom Preis. Was soll man dazu noch sagen? Und das wäre es soweit gewesen. Ich denke mal, in Anbetracht, dass es mein einziger echter deutscher Versuch war, hat es noch recht gut geklappt. Denn wie gesagt, ich habe einfach leider keine Zeit im Moment. Mein Weg zur Arbeit ist zur Zeit anstatt 20 Minuten, 4 Stunden. Und daher bleibt vom Tag hier einfach nicht mehr viel übrig. Aber ich genieße es eben, meine Meinung mit euch zu teilen. Ich hoffe, das tut ihr auch. Hinterlasst daher einen Daumen hoch, vielleicht auch ein Abo. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder sonstiges einfach unten lasst. Und wie schon gesagt, die Links zu Trading Shenzhen findet ihr dort und alles weitere genauso. Und das war es gewesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.